So, weiter Signale jagen. Ach, Moment. Ich brauche erstmal massig Munition. Oh, einen Helikopter brauche ich. Äh, Pistole-Munition. Ich brauche ja. Machen wir voll. Ähm. Der Rest ist okay. Einmal bitte laden. Oh, Nils, Unterschlüpf. Ja, wieder raus und gucken, na, was hat sich hier getan? Was ist da rüber? Hier rüber muss ich. Hier war das, ne? Ach, oben rein musste ich. Dann gehe ich oben rein. Halt, da glänzt was. Es ist wohl eine Flasche. Sah irgendwie anders aus. Ach, da die Kisten. Jetzt sollte ich mir die angucken. Take it, take it, take it. Ah. Waffenteile, fünf Stück noch. Was denn, aber das ist doch drinnen, oder nicht? Hab auch gesagt, drinnen. Ach, ne, da komme ich nicht rein. Hä? Hä? Hier? Ja, klar. Gott, ey. Ich bin auch so dumm. Äh, was ist das? Hier war eben noch nichts Schlimmes dran. Ach, ich hätte mal Kaffee trinken können in dem Raum. Don't go. Ich muss leider. Ist das an mich gerichtet? Ja. Da ist doch der Schmetterling von deiner Tochter, du Held. Tut mir leid, ich muss leider. Lilly. Dein Vater ist nicht so schlau. Pssst. Oh, ha, da wird der Nächste. Aber wo ist das Geräusch schon? Diese Handschrift. Er schon wieder. Ich bringe sie hier raus. Ich bringe sie hier raus. Hey Mann, lassen Sie mich einfach gehen. Ich kann sie in Sicherheit bringen. Ich bringe sie hier raus. Wir haben Vorräte. Kommen Sie einfach mit sich. Ich bringe sie hier raus. Sicherheit. Was ist daran so interessant? Warum sollte ich hier weg wollen? Dieser Ort ist noch nicht vollendet. Aber bald wird er perfekt sein. Ich brauche nur meine Mose und ihr Blut. Was zur Hölle stimmt nicht mit ihnen? Nicht bewegen. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Hilfe. Hilfe bitte keiner. Nicht bewegen, habe ich gesagt. Also Zeit für ein neues Werk. Pech gehabt, Ryan. Hm. Die Kamera nimmt ein Bild des Opfers auf. Ja. Das soll es dann. Kunst sein. Ist eher eine Hinrichtung. Abgespielt. Ah gut, Kunst kommen ja weit. Das geht auch fast, ne? Mitglieder des Mobius-Teams haben vielleicht was Nützliches dabei. Na, guck dir das mal an. Das neueste vom Kategor aufgezeichnet Protokoll. Turner. Ich habe meinen Kommunikator so umgebaut, dass er Signal von Einheitszerebralchips empfängt. Ich konnte die Standorte der verbliebenen Mitglieder des Sicherheitsteams oder was von ihnen übrig ist in Erfahrung bringen. Sie haben bestimmte Vorräte dabei, mit denen sie ihr jetzt eh nichts mehr anfangen können. Diese ganzen Chips, die aus den toten Gehirnen senden. Mhm. Auf ein Arsenal. Ja gut, da war ich drin. Pistolmunition. Steht sogar was dabei. Ist Pistolmunition. Das hätte ich halt gerne. Das hätte ich auch gerne. Erstmal raus. Wenn die Hände von dem Typen laufen, ne, Juro. Boah. Verdammt. Wo ist der hin? Nee, 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 nee. Oh, nee, das letzte Mal, als er. Oh, leider, die Ausdauer. Hat er die Foto gemacht bekommen? Oh. Jetzt kommt gleich wieder dieses schreckliche. Kopfmonster. Ja, guck, da stehen sie schon. Kleiner. Kleiner Ausschnitt von dem ganzen. Ein bisschen Schiefpulver. Ja, 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 ja. PCs, alle Blue Screen. Cool. Ah, was haben wir denn da? Exit. Ach, wer's glaubt. Das war verrückt. Selbst für diesen Ort. O'Neills Unterschlupf ist gleich hier. Da kann ich ihm die schlechten Nachrichten auch persönlich überbringen. Erstattung hier bricht. Naja, das kann ich mal machen. Vielleicht gibt's ja noch ne Belohnung. Guten Tag. Haben Sie sie gefunden? Mehr oder weniger. Aber glauben Sie mir, ohne die sind Sie besser dran. Sie hatten vor, alle hier drin zu töten. Ein Alpha-1-Notfall? Was? Halte ich nicht für die schlechteste Idee. Sie sind ein echtes Arschloch, O'Neill. Wissen Sie das? Ich sehe das nur realistisch. Man kann nicht jeden retten. Ist einfach nicht möglich. Die Notfallpläne gibt es nicht ohne Grund. Hätten Sie diese kranke Maschine nicht gebaut, wären überhaupt keine Notfallpläne nötig gewesen. Vielleicht. Aber das, was Sie geschaffen haben, ist ziemlich beeindruckend. Immer noch der Firma ergeben. Was? Hoffentlich macht sich Ihre Loyalität bezahlt. Denn gerade sieht es so aus, als würden Sie einen Scheiß auf sie geben. Was meinen Sie damit? Sie haben sie doch hier reingeschickt. Tut mir leid. Ich wollte Sie nicht verärgern. Hier. Ich habe noch weitere hergestellt. Für Ihre Mühen. Danke, Olli Waffenteiler. Auch nochmal ein Schlückchen Kaffee. Mh. Das ist eine echte Union-Tasse. Da schmeckt es doch gleich besonders gut. Das tut gut. Mit Kaffee heil. Das ist auch schön. Äh. Da ist die Waffenkammer. Waffen, Waffen, Waffen der Bank. Herstellung. Ich habe gerade nicht. Waffverbesserung. Hm. Feuerrate. 160. Das geht 08 runter, das braucht nochmal 08. Das bringt ja nicht ganz so viel eigentlich, ne? Feuerkraft. Das noch. 170. Boah, zwei Sonderteile. Ähm, Magazingröße, ja. Das gehört auch noch mit. So, sehr schön. Dann wieder raus. Raus, raus. Okay, leider keinen neuen Auftrag bekommen. Das heißt, ich muss, ja, jetzt muss ich auf eigene Faust rumlaufen, ne? Geh' ich einfach mal weiter. Was ist denn das? Komisch rot am glipzern. Was war das? Im Haus? Mann weiß es nicht. Da war ich schon drin. Da steht sie doch noch. Ich dachte gerade, sie ist schon weg, aber leider nein. Ähm, ja, die bringen 4G, ne? Die muss ich eigentlich wegmachen. Was war denn das für ein... Ja, mach dich weg. Da kommt das her, aus dem Haus. Okay, jetzt hat man noch ne Axt. Ist gut. Hau ich da mit der Axt eine rein. Ersten Angriff von hinten und dann mit der Axt noch. Komm, da riecht ich um mit die. Die hat irgendwas im Hals. Die brauchen mal einen Hustenbomber. Magdalena? Vielleicht geht's dir besser. Ich guck da mal nach. Ach, ja, die braucht ja so ewig, um sie umzudrehen, ne? Oh. Turn around, please. Oder wie war das? Da kann man wirklich nur... Shit. Na, wer ist da? Oh, oh. Guck die denn so... Guck doch mal lieber da ins Fenster, oder so. Da, jetzt krieg ich sie doch. Die kriegt da nix mit. Zack, ein Messer und dann mit der Axt. Famm. Danke. Ah, so. Das war gut. Juhu. Nummer eins von fünf. Was ist da noch? Eine Flasche? Äh, will ich gerade noch nicht. Erstmal. Kurz gucken. Einmal nehmen. Der Kiste-Zerbrecher. Fünfzehn Waffenteile, sehr gut. Hm. Nochmal plus 25. Ey, ey, ey. Sehe ich gar nicht mehr, dass es sich so lohnt hier. Das interessiert sie nicht. Ein zweiter Reihe. Ich könnte natürlich... schön was in den Kopf drücken. Aber das mache ich gerade mal nicht. weil ich erst mal in dieses Haus rein möchte. Öffne dich, öffne dich. Seller Avenue. Ja, Flaschen, 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 Flaschen. Wände halten sie nicht auf, ja. Das... Wände halten sie nicht auf. Gehst du wohl runter? Ein Hinweis. Ein Hinweis. Ein Tagebuch? Oh nein, oh nein. Was geht hier vor? Der letzte Eintrag in diesem Tagebuch mit unsichernd geschrieben. Da ist irgendwas mit diesem Haus. Mit mir in diesem Haus. Ich kann es nicht sehen, aber ich spüre seine Anwesenheit. Ich glaube, ich will es auch gar nicht sehen. Ich kann draußen diese furchtbaren Dinge hören. Die sind überall. Ich habe Angst rauszugehen, aber ich habe auch Angst, drin zu bleiben. Ich zittere nicht vor Angst. Warum ist es plötzlich so kalt geworden? Verdammt kalt hier. Nimmst bloß die Pistole. Nehmen. Sicher mal weg. Oh Gott. Auf! Was ist denn so? Ja, super. Ich kann nichts machen. Ach, du Scheiße. Das ist ein Scheiße. Könnte ich jetzt besiegen. Juhu. Was macht er denn? Was zum Teufel geht hier vor? Hau ab. Lauf. Es ist hinter mir her. Ich muss hier raus. Ach so, du musst da raus. Ja. Hallo, ich drück nach vorne. Ich... Geh, schnell, 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 schnell. Da geht es nicht raus. Ich muss der Oll noch hinterher. Kann ich da raus. Da brauche ich eine Keycard. Äh. Es muss doch einen Weg hier raus geben. Kann ich mich auch nochmal verstecken? Was ist ein fieses Vieh? Von wo kommt sie denn jetzt? Ich weiß nicht, ob sie jetzt wiederkommt oder nicht. Ich weiß nicht, ob sie jetzt wiederkommt oder nicht. Ich weiß nicht, ob sie jetzt wiederkommt. Nur nicht zögern. Ich muss ja hier durch. Shit. Hä? Oh Gott. Okay, hier muss irgendwo die Karte sein. Die bringt mich vielleicht hier raus. Diese Sicherheitskanal verschlüsselt zur abgerichteten Krankenstation. Sie kommt dir irgendwie bekannt vor. Aha. Die kommt mir aber bekannt vor. Wo ist denn die Gute? Ich bin jetzt zurück in meinen Raum. Oh du Getier. Oh. Flaschen, ey. Komm, geh mal wieder. Ja, genau. Geh doch mal wieder weg. Lauf. Er läuft nicht. Er kriegt einen Zusammenbruch. War das nur Einbildung? Nein. Das war... Was war das? War das real oder nur in meinem Kopf? Es war so oder so ziemlich bedrohlich. Also... Ach, ja. Ich nehm nochmal einen Hinweis hiervon. Als Relikt aus der Zeit vor den... Kann man sehen. Ah, ja. Gut. Ich geh jetzt mal hier raus. Blödes Haus ist das. Ha. So. Jetzt einmal gucken. Das ist ja noch einiges an Weg bis zum nächsten Speicherpunkt. Gucken wir erstmal das Gebäude da an. Oh nein. Nee. Nee. Nee, nee, nee. Was ist denn das jetzt? Warum... Es verfolgt mich jetzt mit so einem Fluch. Warum hab ich dieses Tal hochgenommen? Ich zieh zurück in das Haus. Oh Gott, wer hängt denn da? Grüß dich. Wo hinten ist es? Schnell weg, ey. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich würde gerne das Haus da untersuchen, aber... Wie gesagt, trau ich mich da nicht hin. Sche... Scheiße. Hä? Wow, wow, wow. Wow. Was ist hier los? Was ist hier bitte los? Scheiße. Scheiße. Was hat die Olle mit mir gemacht? Versaut hier nun meinen Angriff. Jetzt sind sie beide weg. Ach du Scheiße. Die spinnt ja komplett. Warum kann ich den nicht... Warum kann ich den nicht öffnen? Was soll das? Was soll das? Nicht. Wow. Das war ja gut. Hä? Ich hasse dieses Spiel. So viel zum Schleichen. So viel zum Schleichen. Komm, wir gibt's nicht rein. Ach Mann, ey. Ich hab noch einen mit... Ach, was. Das ist... Das ist eine Scheiße. Trifft auch nix. Wie ist der? Bob. Ich hab das ja noch das Haus. Die hat mich gesehen. Das ist ein Paar. Scheiße, ich will das Gel aber haben.